Musik Einen wunderschönen guten Abend auf unserem Kanal in Dingesbühl bei Mika Caravan. Heute ein kleines kurzes Video, wir gehen ganz kurz in die Werkstatt, ein neues Projekt ist wieder da, Dieselheizung, Diesel-Luftheizung ist fertig vom letzten Video, verbaut, funktioniert tadellos, nehme ich euch noch auf, mal schauen ob ich es noch reinkriege ins nächste Video mal kurz, weil zur Zeit ist es ein bisschen knapp, weil die Fahrzeuge Schlag auf Schlag wieder geholt werden, die nächsten wieder gebracht werden, jetzt vor Weihnachten ist noch richtig Druck bei uns, aber wir werden das irgendwie alles hinkriegen und die Cinderella ist fast fertig, auch das zeige ich euch nochmal und heute aber ein neues Projekt, was wir da alles machen und dann habe ich eine Herzensangelegenheit, wo mir persönlich ganz wichtig ist und da möchte ich euch oder mit euch nochmal kurz drüber reden Und jetzt verschwinden wir mal ab in die Werkstatt und gucken uns das alles direkt vor Ort näher an Jo, hier steht der schöne Knaus und hier haben wir wieder einiges vor uns, was wir hier alles verbauen Hier haben wir schon mal angefangen, ihr seht den Sitz auszubauen Warum haben wir den Sitz ausgebaut, weil hier natürlich die Akkus reinkommen, beziehungsweise der Akku reinkommt Dann verbauen wir hier unterm Beifahrersitz noch einen Wechselrichter mit 1500 Watt Dann kriegt der Kunde auch noch einen Hauptschalter, den werden wir hier vorne hin bauen, damit er schön zugänglich ist Dann machen wir noch einen Batteriecomputer rein, der wird hier verbaut Den setzt man meist hier oben immer schön in die Blende, entweder hier, da müssen wir mal schauen, wie wir es machen Oder auf der Seite, wie die Zugänglichkeit ist, wo wir am besten rauskommen mit den Leitungen und so weiter Und jetzt lasst mich kurz gucken, genau, dann kriegt er natürlich noch eine schicke Solaranlage Und dazu gehen wir mal geschwind aufs Tach mit einem MPPT-Regler Wir werden hier zwei verschiedene Solarmodule verbauen Einmal das 125 Watt Active Fire von der Firma WCS Und dann kommen hier nochmals zwei Hochvolt-Module drauf, 100 Watt jeweils Also das wird richtig Power geben auf dem Dach Die Einteilung, da haben wir schon angefangen, die zeige ich euch dann beim nächsten Video, wie wir es genau einteilen Und wie wir es da draufkleben Aber zu dem Projekt als solches, tolle Geschichte Wieder runter Lassen wir hier wieder sauber verbauen Nur kurz zur Info Wechselrichter wird natürlich bei uns automatisch immer mit einer Netzvorrangsschaltung verbaut Netzvorrangsschaltung, sprich Netzumschaltung Hat natürlich damit zu tun, dass wenn von außen Landstrom angesteckt wird Muss ja der Wechselrichter, wenn er gerade aktiv ist, beiseite geschalten werden Das übernehmen Relais Und die schalten dann den Wechselrichter automatisch beiseite Damit es hier keine Kurzschlüsse oder sonst was gibt Erkläre ich euch aber nochmal detailliert Um das genau mal darzulegen Wechselrichter, Netzumschaltung, Landstrombegrenzung Das wird mal ein tolles Video werden Damit wir da mal näher drauf eingehen Ja, heute habe ich noch ein anderes Thema vorbereitet Bitte nicht umgucken, hier schaut es nur ein bisschen aus Hier hat uns ein Kunde wieder einen leckeren Kasten Bier zur Verfügung gestellt Wahnsinn, was uns unsere lieben Kunden immer mitbringen Echt verrückt Also Wahnsinn, ganz lieben Dank Und heute möchte ich nochmal auf ein anderes Thema eingehen Und zwar auf die Firma Airtune und den Luftfiltern Warum möchte ich nochmal darauf eingehen? Weil ich da speziell in letzter Zeit ein paar Anrufe bekommen habe Und da möchte ich jetzt mal ein paar Worte noch dazu sagen Von der Funktion her Warum sind sie wichtig? Und dazu mal ein sauberes Plätzchen gesucht Und nicht nur in unserer schmuddeligen Werkstatt Weil ich möchte zu dem Thema jetzt mal noch ein bisschen was erklären Zum einen von der Montage Oder fangen wir anders an Fangen wir erst mit der Sinnhaftigkeit an Die Problematik ist Warum sind die Filter eigentlich überhaupt ins Leben gerufen worden? Die Truma-Heizung hat die Schwierigkeit Oder nein, sie hat nicht die Schwierigkeit Aber sie hat die Eigenschaft Dass sie direkt im Fahrzeug Beziehungsweise Truma-Diesel-Heizung von außen Die Luft ansaugt Aber ungefiltert Ungefiltert heißt Da ist überhaupt kein Vlies oder irgendwas dazwischen Sondern die saugt die Luft einfach an Und jagt die durch ihren Brenner Erwärmt die dort Und bläst die durch die Ausströme wieder aus Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen Dass die Truma In den meisten Fällen 99,9% Unter der Dinette eingebaut ist Wo wir im Leben ganz wenig Oder fast nie Mal raussaugen Sauber machen Oder sonstiges Weil oft der Deckel verschraubt ist Obendrauf Technik drin ist Wo wir nichts kaputt machen wollen Und so weiter Oder sie ist im Heck verbaut In der Garage Oder unterm Bett Auch verschraubt Schlecht zugänglich Eng Man kommt nicht rein Also erspart man sich das Ganze Da macht man sowieso nie sauber Beziehungsweise sammelt sich da natürlich auch viel Staub an Genauso aber auch wie in den Leitungen dadurch Weil natürlich die Truma Dann von dort Die Luft Ungefildert Voller Staub Ansaugt Und ins Wohnmobil einbläst Was ja ganz verständlich und normal ist Geht ja gar nicht anders So jetzt haben wir die Thematik Dass dieser Staub Eben im Wohnmobil In den kleinen Raum In der Heizphase Einfach umherrscht wird Und es ist extrem Was da zusammenkommt Und ich werde euch das beweisen Weil ich blende jetzt dann gleich nochmal ein Bild dazu ein Und dann werdet ihr sehen Was so ein Ausströmer In Hochleistung Binnen vier Wochen Da rausholen kann Weiter im Text Heißt das Dass jetzt diese Filter Eben genau dafür kreiert worden ist Weil Hier haben wir so einen Truma-Ausströmer Man macht die Klappe auf Kommt die Luft raus Ungefildert Was nicht schön ist Weil das atmet mir alles ein Und jetzt können wir relativ einfach Diese Filter In den verschiedenen Formen und Arten Nehmen Und hier hinten sind so Nasen dran Und können die einfach hier Auf die Nase Aufstecken Das sind hier wiederum so Auskörbungen Da stecken wir die einfach drauf Und dann werden die leicht nach links verdreht Zack Man sieht es hier ganz gut Bis die Nase hier drin einrastet Und schon ist der Truma-Filter fest Das war eigentlich schon alles Jetzt nimmt man den Auslass wieder Und schraubt den wieder rein Und schon ist der Filter drin Das ist im günstigsten Fall Beim Auswechseln Tut man einfach hier Die Klappe raus Ist mit so einer ganz einfachen Feder Kann man rausnehmen Und kann dann später Hier gibt es dann noch Spezialwerkzeug Man kann das aber mit dem Finger machen Einfach hier den Filter raus tun Den neuen wieder reinstecken Und kann den dann dementsprechend austauschen So Jetzt gibt es oft die Schwierigkeit Die Nasen sind abgebrochen Oder halten nicht richtig Oder wie auch immer Wenn man das selbst montiert Einen kleinen Tipp Was ganz einfach geht Also wir sprechen hier alles Also das da ist ja alles Euro-Artikel Also das ist kein großes Problem Man macht hier nicht viel kaputt Einfach den Ausströmer hier draufsetzen Und hier auf die Fuge Ganz leicht So einen Sekundenkleber drauf tun Dann ist das Ding Pumpenfest Es hält hundertprozentig Und man kann es wieder sauber eindrehen Ohne Probleme Dass es runterrasselt Oder sonst irgendwas Also es ist einmal die Thematik Die zweite Thematik ist natürlich die Tiefe Wir haben zwei verschiedene Tiefen Wir haben einmal den etwas größeren Den kleineren Weil oft hinter diesen Auslässen Es steil ums Eck rum geht Oder ein T-Stück eingebaut ist Oder eine Kurve ist Wo man dann dementsprechend Mit dem langen Netz zurecht kommt Drum haben wir auch den kurzen Dann hat man oft nur das Problem Dass die Schläuche innen drin Mit irgendwelchen wilden Schrauben befestigt sind Ja, das kann natürlich sein Dass da mal was ist Dann muss man sich wirklich behelfen Die Schraube entweder abzwicken Mit einem vernünftigen Seitenschneider Oder entsprechend raussägen Oder wie auch immer Auch wir machen nichts anderes Wer das aber nicht machen möchte Weil es ihm zu kompliziert ist Ist überhaupt kein Problem Wir bieten ja einen Einbauservice an Das heißt Pauschalpreis 20 Euro Und dann bauen wir euch die Dinger Natürlich auch ein Überhaupt kein Problem Ist halt nur der Weg hierher Nach Dingesbühl Wobei das immer eine Reise wert ist Unter anderem weiß ich aber aktuell Ich weiß jetzt die Liste nicht genau wer Aber es gibt auch schon wesentlich mehr Händler Beziehungsweise Werkstätten Die sowas auch anbieten Die auch Airtune schon in ihrem Sortiment führen Und auch die können dementsprechend sowas einbauen Es ist kein Hexenwerk Wir haben schon zig Fahrzeuge eingebaut Jetzt haben wir auch noch verschiedene Möglichkeiten Denn wir haben natürlich auch hier Für andere Auslässe bereits schon Adapter gemacht Wo auch hier die Filter ohne Probleme eingesetzt werden können Auch hier haben wir nochmal einen Adapter gemacht Der hier ist jetzt zum Beispiel für einen Ausströmer Für den kleinen Eversbecher Das ist der große Eversbecher Gibt ja noch den kleinen dazu Wo man dann diesen Adapter hier rein macht Und dann auch ohne Probleme gut verbauen kann Jetzt kommt noch eine leichte Thematik Natürlich, weil ich jetzt zwei, dreimal, viermal Die Anrufe bekommen habe Beziehungsweise den Tipp bekommen habe Auch den Tipp Und dafür auch vielen Dank Für die Kunden, die uns da wirklich Feedback geben Ich habe auch ganz vieles positives Feedback Aber ich habe natürlich auch das ein oder andere Feedback Dass es nicht so richtig funktionieren soll Kann ich mir auch gut vorstellen Weil natürlich die Fahrzeuggegebenheiten Bei jedem Auto anders sind Das merkt man ja schon jeden Tag Wenn wir hier die Autos verbauen Mit Wechselrichter, Solarplatten, Lithium-Akkus und so weiter Und genauso ist es natürlich bei der Druma-Montage Die ist auch in jedem Fahrzeug anders Jetzt kann es natürlich sein Dass das ein oder andere Fahrzeug Wo die Druma-Auslässe Mit einem langen Schlauch Weidewege Weil die Druma ganz hinten im Heck verbaut ist Und vorne an der Tenette soll jetzt hier die Luft rauskommen Und wenn ich da den Filter rein mache Kriege ich natürlich eventuell minimierte Luftausströmung raus Ist so Weil ich natürlich so ein bisschen was da rein mache Und jetzt kann natürlich schon sein Dass ein bisschen weniger rauskommt Tut aber überhaupt nicht weh Zum einen kann man dann die Heizung ein bisschen eher aufdrehen Dann revidiere ich das natürlich wieder Zum zweiten arbeiten wir jetzt aktuell gerade dran Das wird geprüft Dass wir nur einen Ersatz rausbringen Wo vielleicht ein bisschen weniger Fließmaterial drin ist Beziehungsweise Filtermaterial Wo immer noch aber genug Filterleistung hat Um den Staub rauszufiltern Aber noch einen höheren Luftdurchsatz Weil diese Ausströmer einfach weiter weg sind Ich hätte nur die Bitte Nicht einfach auf die Seite legen Weil dazu ist das Produkt wirklich viel viel zu wertvoll Ich selber habe es in meinem Fahrzeug Und ich kann euch schwören Seitdem ich die verbaut habe Und ich schlafe des Öfteren im Winter in meinem Auto Weil ich oft oder öfter auch hier vor der Halle schlafe Wenn es abends mal wieder zu spät wird Und dann heize ich natürlich auch mein Auto auf Und da kann ich euch nur sagen Seitdem ich die verbaut habe Geht es meiner Nase, meinem Schlaf, meiner Luft Viel viel besser und viel viel angenehmer Und ich blende euch jetzt mal das Foto ein Wo der Filter verbaut war Vier Wochen Erbaut vier Wochen Und danach wurde er ausgebaut Um mal zu testen Was denn so ein Filter eigentlich wirklich bringt Und ich bitte euch Schaut euch dieses Bild an Und dann erkennt ihr Warum der Filter so wichtig ist Im Fahrzeug Beziehungsweise warum er euch viel Gutes tut Im Fahrzeug Getestet übrigens Hat den Filter Und die Bilder auch Sind vom WCS Vom Götz Seiner Tochter Die hat es in ihrem Truma aus Strömer Eingebaut Und die Bilder sind das Resultat Nach vier Wochen Benutzung Und ich kann es immer wieder nur empfehlen Diesen Filter zu verbauen Weil unsere Luft ist nicht unbedingt Immer die Beste Und in dem Fahrzeug Gerade in den Heizperioden In dem ganz kleinen Fahrzeug Wohnmobil Ist echt nicht viel Kubik Wo man da zur Verfügung hat Wenn ich mir da vorstelle Dass sich der Staub Hier vor dem Bild Von einem Ausströmer Alles in der Luft Hin und her bewegt Und es ist nun mal so Dass ein ganz hoher Prozentsatz von uns Wie auch ich Hundebesitzer sind Und auch diese Thematik Haare Und so weiter Alles in der Luft Sich bewegt Und ich dann einatme Also Leute Ich sage es euch Ich bin nur heilfroh Dass es diese Erfindung gibt Weil ich möchte das nicht mehr einatmen Und ich kann euch immer wieder nur anbieten Wenn es Probleme gibt Die Firma Airtune So wie meine Firma Mika Caravan Steht euch mit Rat und Tat und Hilfe Immer zur Seite Und wir finden für fast Fast jedes Fahrzeug Eine Einbausituation Eine Hilfestellung Damit diese Dinger Erfolgreich verbaut werden Und ich muss natürlich Dann auch Sache jetzt einmal abwägen In der Heckgarage Hinten Die abgeschlossen ist Für sich Da muss man natürlich Kein Filter rein machen Aber In der Dinette Im Schlafbereich Kann ich es euch nur empfehlen Und Ich wollte Nur nochmal Dieses Thema Explizit anreißen Und weil mir das Thema Als solches ganz wichtig ist Weil ich das für eine Mega Erfindung halte Und ich halt einfach Immer wieder anrufe Kriege Ja hält nicht richtig Und so weiter Und dazu eben Ein paar Tipps Einmal Hier hinten aufrasten Und wenn es nicht richtig hält Hier ein bisschen Sekundenkleber anbringen Und dann einfach Reindrehen Fertig ist es Dann funktioniert es Auch tadellos Wenn die Schläuche Dahinter mal lose sind Einfach Mit die Finger Reingehen Den Schlauch Oben ein bisschen Hochdrücken Mit Gefühl Das ein bisschen Reindrehen Auch das funktioniert Ohne große Probleme Den Filter Als solches Kann man auch Nachträglich einsetzen Man kann es ja auch Erstmal so reindrehen Also das heißt Man macht den Filter weg Macht den Adapterring Hinten drauf Verklebt den ein bisschen Und jetzt kann ich Sauber reinlangen Und den Schlauch Wieder ein bisschen halten Und das ein bisschen einführen Wenn nicht Dann nehmen wir mehr Hilfswerkzeug dafür Auch das Kann ich euch Tipps dafür geben Wie das funktioniert Und danach Setze ich Einfach nur Mein Filter Hier wieder ein Und danach Setze ich Hoppala Jetzt ist die Feder Rausgesprungen Setze man die Klappe Wieder ein Mit der Feder Das heißt Einfach Hier in die Nut Wieder die Feder Reindrücken Und schwuppdiwupp Und schon ist die Klappe Wieder drin Und funktioniert Wieder alles Also es ist Alles relativ Einfach Vom Handling her Und wenn der Richtig eingebaut ist Kann man die Klappe Natürlich auch noch Steuern Auch mit Filter Überhaupt kein Problem Und ich möchte euch Nur anbieten Wenn Probleme Damit sind Wenn irgendwas ist Ruft uns an Wir sind online Auch dabei Euch zu helfen Genauso wie wir Aber auch hier Den Einbauservice haben Die Filter Gibt es in unserem Online Shop Nach wie vor Zu erhalten Oder bei Airtune Direkt Überhaupt kein Problem Und auch die Firma Airtune Hat noch Viele viele Produkte Und ist eine ganz tolle Firma Mit einem ganz seriösen Namen Sich selber Was gut ist Seiner Gesundheit Seiner Lunge Seiner Nase Seiner Schleimhäude Und dann wird es einfach nur Noch angenehm Ja in diesem Sinn Das war es eigentlich schon Mit diesen Airtune Filtern Schreibt mir das gerne Super gut aufkommen Weil die lassen einen nie allein Die lassen uns nie allein Heute habe ich erst wieder Mit Airtune telefoniert Mit dem ein oder anderen Problemchen Wo wir dann wieder An Lösungen arbeiten Wird auch stetig weiterentwickelt Dazu brauche ich euer Feedback Und wie ihr das Ganze seht In der Nutzung Und so weiter Schreibt es mir in die Kommentare Ich würde mich tierisch drüber freuen Und ja Was bleibt mir anders übrig Als euch weiterhin Ganz ganz viel Gesundheit zu wünschen Passt auf euch auf Bleibt gesund Und abonniert unseren Kanal Wenn ihr das alles hier nicht verpassen wollt Nicht vergessen Jeden frühen 9 Uhr geht ein Adventsfensterchen auf Extra für euch So ein bisschen Ja Freudige Stimmung In die traurige Zeit zu bringen Ich finde Meine Frau hat es mega süß gemacht Also Echt toll Schaut richtig Also sind richtig tolle Clips Danach mache ich auch noch mal So ein kleines Passed Off Mal gucken wann ich das zusammenschneide So ganz kurz nach Weihnachten Weil ihr wird euch bucklig lachen Wie wir diesen Kalender gedreht haben Was da alles für Naja Ich verrate nicht mehr Also Bleibt gesund Liebe Grüße Über ein Like freue ich mich natürlich genauso Und ich bin weg Bis bald Macht es gut Ciao Ciao